Nur noch ganz intensiv gewaschenes Obst und auch Gemüse. Ich denke eher nicht, dass ich mich zumindest anstecken könnte, weil momentan ist ja noch gar nicht bewiesen. Also zumindest ist zwar bewiesen, ungefähr, dass es vom Bio-Gemüse oder Obst kommen könnte. Nein, ich habe nichts umgestellt und ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen, weil eigentlich kenne ich niemanden, der das hat. Aber da ich das sowieso nicht esse, kann ich mich auch nicht anstecken. Ja, umgestellt haben wir also nicht viel. Man guckt darauf, dass alles gewaschen ist und entsprechend auch die Hände waschen immer mit Seife. Aber so groß umgestellt haben wir nichts mit Vertrauen da. Man lebt nur einmal und wenn es rum ist, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade so sage, dann ist es halt so.